Marshmallows am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Wichtig ist der Abstand von Flamme und Marshmallow. Die Oberfläche müsse schön goldbraun werden. Etwas Geduld ist wichtig. Nicht zu nah. Sonst entzündet sich das Ganze. Mach mal auf Pause. So, nach drei Minuten ungefähr ist es dann soweit. Dann in eine Guardian of Galaxy Tasse abkühlen. Guten Appetit!